Heute stelle ich euch eine besondere Attraktion auf der Garten Tulln vor, den Schmetterlingsflying Fox. Für Kinder sehr spannend, fliegen wie ein Schmetterling über den Boden dahin gleiten und Eltern haben ein bisschen Krafttraining, wenn sie dabei Unterstützung liefern. Und zur Erholung geht es in den Bayerischen Biergarten, dem Treffpunkt für Alt und Jung.